so willkommen zurück leute wir sind ja inzwischen wohl eigentlich kurz vom ende wenn wir die gollop kann benutzen moment mal bracken und kurz wieder reinfinden nach einmal watson kann immer watson war begabt ansonsten mission control satelliten über kanada ganz folgt hier hier result hongba hat auch kein gift frage ist halt soll ich jetzt einfach drauf gehen cons report improved medikit jetzt we have no so just kill of you and song muss erst auch lernen da kann ich nicht nicht jetzt und Kommander, wir haben nur eine Priorität von der Kanzel bekommen. Was hab ich denn hier, Loadout, Ghost Grenade? Zwei Heavys, ein Support, ein Sniper und mein Roboter-Typ. Die ist auch Sniper, oder? Ja. Clear Units, das kann ich mal einen anderen mitnehmen. Die Gunzorgel. Monarchy. Die sind sich alles gegiftet. Die will ich aber eigentlich nicht nehmen. Und ich will nicht noch ein Heavy zu einem Mag Trooper machen, da hab ich ja schon einen. Ist doch doof. Ich kann Chilly Home, soll ich jetzt zum Mag Trooper machen, aber dann hab ich keinen guten Sniper mehr. Die zieh ich jetzt mal nicht. Nehme mal den mit. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja. Ich will nicht. Ich will nicht. So geht's los. Oh, da hab ich mir schon. Das ist die direkten Musa. Beginner Sold. Ich glaube, ich muss mal kurz was einstellen. So, ich schaffe mal was besseres. Okay, Friendly's over here. Ja, okay. Hab ich so verstanden? Wie tun wir es mal dahin? Er hat immer diese komische Rostung. Jetzt mal einen Support. Den möchte ich vielleicht nie ganz so weit vornehmen. Die möchte ich generell nicht so weit vornehmen momentan, glaube ich. Also keinen von denen will ich so richtig weit vornehmen. Was ist das denn? Psi Inspiration. Remove Mindfran and panic from only by enemies. Booth devil. Das brauche ich jetzt nie. Ich glaube, du könntest benutzen, um Psi Erfahrungen, kann sich da sammeln. So, brauche ich nicht unbedingt. Ich mach mich los. Es gibt ein Team hier, um an Van Dorn, nicht wahr? Du hast einen von unseren Männern gefunden, die in den Blasen getötet hat, wenn die Freaks hit die Brücke. Schau, wir sind in kein Format, um diese Dinge rauszuhren. Wenn du dich an Van Dorn holst, können wir dich zurück in deinem Flugzeug. Okay. Ich, wenn du und kriege, bringe die mich zurück? What? 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 Who's there was PsiBeqa of them? Acht! Diese, die schon gerannt ist. Collateral Damage Das will ich auch machen Irgendwo hier hin so Und ich lass es einfach Und renn mit dem nochmal Da hin zu Und ich schmeiß dann einfach eine Granate an den Kopf Würde ich sagen Irgendwie zeigt es mir grad was nicht an Das finde ich nicht so schön Naja egal Das markiert immer noch für rot Rot Der rückt mir ein Stück vor Damit er noch besser wirken kann Bumm Bumm Das ist mein Sport Ah ne das ist mein Heavy Aber das ist natürlich Quatsch Bumm Das ist noch ne Heavy Tossi Bist du jetzt daheim Bumm Ich hab das mit Mindfrey Beschäftigen Damit du Den Psy Fähigkeit hoch genug ausbaust Damit er dann mal das Ding beenden kann Das ist das Schwende Spiel Oh und die hab ich auch noch Hm Zwei auf Overwatch Ne drei auf Overwatch glaub ich so Komm Go 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 Oh fuck Ich muss den da wirklich raus holen Dringend Hm Wie gesagt dringend So So Ich krieg erstmal einen an den Kopf Ja ich will wirklich dahin Dankeschön Ich weiß nicht aus welchem Outfit du bist Ich hab keine Entdeckung nach vorne Das ist mein Problem gerade Ich hab keine Entdeckung nach vorne Das ist mein Problem gerade Ich bin auf dem Weg Yaaay Mindframe Hey Even if I was kann Oh Ist sogar Instant dead Ist immer geil Bummtort So Hier hab ich noch Die beiden Und mein Heavy Der hier auch keine Entdeckung hat irgendwo So, eine andere Person, gleiches Problem. Da ist noch eine frei. So. Wo ist meine Ghost Grenade im Kopf? Damit du ja nie getroffen wirst. Das ist irgendein blöden Zufall. Aua! Das ist meine Reihe. Ja, da kommen noch mehr von der Seite. Lugisch. Lugisch! Lugisch! Hm. Oh, ich hör den weg. Das ist ein Critical. Respekt. 70. Komm, was ist denn? Damit auch ein Killtext. 2. Go, go, go. Oh. Der ist ein Overwatch. Da ist noch mehr als Overwatch. Au. Aua. Aua. Aua, Aua, Aua. Wenn ich gerade vier, wenn es nur drei abgesogen ist, ist auch mal geil. Dann ist er doch auch Overwatch. I'm moving. Und du bewegt dich hierhin und machst auch Overwatch. Du... Brrrr. 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 Weckst dir wahrscheinlich am besten mal dahin. Und wenn du... Und du gehst mal zur Proton. Und tot. Blub. Gibt's ja nur die... Hm? Oh, Reaktionstopp. Sehr gut. Und tot. Neun, Mindfrey. 100%. Und tot. Da ist noch einer. Da oben. Auf Overwatch. Oh, verdorchen. Du weißt noch, volles Wind rein. Hä? Das schießt erst, wenn ich ran gelaufen bin? Nö. Da haben sie mich in die Animation überschnitten. Schräg. Geht. Na weg. Ja weg. Da weg. Die Bühne. Jetzt. Und k давно. Ja weg. Ja weg. It's getting hot in here, so take a white clothes, didim 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 Ähm, was passiert wenn ich den zu seinem Typen hinschick? Hm, der geht also runter Der läuft aber echt weit, meine Fresse! Oh, das war nie überlegt Das war echt nie überlegt, jetzt hab ich den Sinnlos noch beschädigt Äh, läuft du bis rein? Ich hoffe immer, er läuft bis rein Dankeschön Ich hab dir einen, wirklich ehrlich gesagt Das müsste Folge 46 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht Ich bin glücklich zu sehen, dass unsere Truppen nicht hessitiert, um die Alienen zu verhindern Ich glaube, ich sollte nicht erwarten, dass sie keine Merse haben Geil. Also wenn ich jetzt noch einen Sniper kriege, dann mach ich jetzt doch nochmal... Ah, Continue. Remember, we will be watching. Äh, Psi Labs. So. So, und... Engineering... Augment Soldiers. Head Soldier. Und zwar augmentiere ich jetzt Felix Saxony. Und wenn ich mich nicht mehr überlegen würde, dann habe ich 10% critical chance. Auch mein Soldieren. Wie ein Neumack. Ich nehme jetzt mal die andere Variante. Warden. So, Restoredness. Renade Launcher. Leute heilen. Und gleichzeitig jetzt noch... Proximity Mine Launcher. Electro Peels. Ja. Confirm. Perfekt. Ich kann mit niemandem das Device benutzen. So, wir sagen das war's für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Wir sehen das wieder. Ich habe ein paar Mal. Bein ich guck auf. Und bei einem. Wir fahren.